So, warte, mit neiner Runde kommt es dir um. Ich bin heute mit dem Buildposter drin und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist nichts Besonderes. Es ist wirklich jetzt keine besondere Folge. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich so ein bisschen useless gefühlt hier mit dem Buildposter. Weil ich, ich meine, ich habe hier das Damage-Ding angemacht und ihr seht es ja selbst vielleicht. Ich bin hier nicht wirklich zum Zug gekommen. Also gut, ich meine, hier ging es sogar noch einigermaßen. Man sieht es allerdings gleich später. Wenn man halt ein paar Mal umfällt, weil man halt einfach ein Buildposter ist und kein Ranger zum Beispiel, dann ist man halt irgendwie, naja, hier, Buildposter, äh, Buildposter sag ich schon, Clockworks. Nicht aufgepasst, ich dachte mir so, ja, kann ich easy AFK mitmachen und so. Und dann kam wieder das Ding und dann, ups, da muss man dodgen. Ja gut, Buffs weg, dann ist der Schaden sich auch schon mal ziemlich am Arsch. Und, ähm, ja, also, unglaublich useful, useful fühle ich mich jetzt gerade nicht direkt. Und ich meine, ich weiß nicht, ob die Range von diesen Dingen einfach so riesig ist, aber teilweise kam es irgendwie so ein bisschen vor wie ein Posi-Bug. Aber, keine Ahnung, ich meine, ich sehe das gerade im Video nicht so direkt, weil es halt irgendwie eine dreieinhalbfache Geschwindigkeit ist. Deswegen, äh, ja. Aber, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich vermute halt einfach auch generell, dass Our Evil Poster hier ziemlich am Arsch ist. Also, was Kostüm generell betrifft. Aber halt vor allem Monster halt ohne Blockrate, da bist du halt wirklich verloren. Da bist du halt lost. Und, ich meine, man sieht ja zum Beispiel auch bei Sandrax, der wirklich ein brutales Equipment hat. Also, übrigens, für Elf von mir, da habe ich den Hit von anderen Clockworks gefangen. Ja, man sieht auch in Sandrax, dass er eben nicht so krass auf Schaden momentan kommt. Ich meine, vielleicht hat er auch getankt, also ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt hat er noch Schaden gemacht aktiv. Und, ja, trotz seines wirklich heftigen Equipments, also, ich meine, ich glaube, das sollte ich jetzt nicht spoilern, ohne dass ich ihn gefragt habe. Aber, also, er hat schon, also, ich glaube, allein sein Helm ist halt wirklich, ich glaube, der Beste vom Server. Also, ist schon heftig. Er hat schon wirklich, äh, schon heftiges Equipment. Und, also, allein mit The Awakes, holy shit, Alter, also, ist wirklich, ist wirklich krass. Aber gut, ähm, ich vermute einfach mal generell, dass es hier ein bisschen in der Klasse liegt, dass es einfach jetzt hier Auebe-Poster nicht wirklich viable ist im Kolosseum. Und im Legendary-Kolosseum halt schon gar nicht. Ähm, ich glaube, selbst ein zweiter Ringmaß hat wahrscheinlich mehr gebracht fürs Team. Und, ähm, ja, die anderen haben halt irgendwie einen DPS von, könnte ich ein bisschen größer machen hier, ja, eine Million, sogar zwei Millionen hier. Also, die haben schon wirklich richtig gut Schaden. Aber, da muss ich halt sagen, ja, kann ich nicht mithalten. Und, äh, es ist ja wirklich, was die Dinge an Schaden raushauen. Ich meine, ähm, einmal nicht aufgepasst, du bist einfach direkt für down. Du brauchst nicht gar nicht weitermachen. Du brauchst generell gar nicht erst anfangen. Also, ja, es ist schwierig. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht genau, wie ich, oder was ich halt generell machen soll hier, weil, ich glaube, einfach einen Rand rausstellen und ab und zu mal resten oder so, ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Alles andere ist wahrscheinlich ziemlich useless. Also, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe auch schon überlegt, ähm, also, das klingt jetzt gar nicht voll falsch, aber, ich habe schon überlegt, welche Klasse, äh, dass ich Season 3 spiele. Ähm, und ich muss sagen, nachdem Colosseum halt wirklich so einen riesigen Stellenwert hat, auf Zwift Life bin ich mir halt echt nicht mehr so sicher, ob ich halt so eine AOE-Klasse spielen will. und auch so Mages und so, ich glaube, die sind, also, momentan sind sie dann nicht mehr so useful. Ähm, ich meine, ich habe das getestet. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt on Stream, äh, also, hier, on Video war oder nicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich mache momentan Kaskade pro Stunde mit Amplis, äh, ich glaube 50-60% etwa, roundabout, und im Colosseum mache ich momentan, ja, je nachdem, wann ich halt die Amplis aktiviere, muss ich ein bisschen timen und so, die ersten beiden, oder die ersten Monster, die ersten drei, vier Monster lasse ich teilweise aus, und aktiviere das Amplis erst dann, damit ich halt dann, äh, dass die halt ihn durchhalten bis zum Ende, weil, ja, ich brauche, wie gesagt, also bis, ich mache es momentan bis Stufe, äh, äh, also, äh, einschließlich Stufe acht, und ich mache damit dann ungefähr so, also ich brauche mehr als eine Stunde, Stunde, zehn Minuten ungefähr, und, es kriege, äh, äh, bringt mir so etwa 75 bis 80% momentan, also ich kriege wirklich um einiges mehr im Colosseum, als in Kaskade, das sind halt wirklich so, ja, wenn ich das so grob schätzen müsste, 20, 30% mehr, und, ja, das ist natürlich schon so eine Sache, dass ich sage, jo, okay, warum sollte ich jetzt da, Kaskade-Levelen, also ich meine, klar gibt es natürlich Geld und so weiter, aber, ich meine, hier gibt es theoretisch auch Geld, wenn man die Colo-Token verkauft, und es ist, glaube ich, sogar, rein finanziell, rein wirtschaftlich gesehen, sogar attraktiver hier, müsste, glaube ich, sogar so sein, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es bringt es sogar ein bisschen mehr, ja, ähm, man sieht, Leveln im Colosseum ist einfach King, du kannst einfach wirklich jeden Tag deine 80% machen ungefähr, also auf Angel, Rank, äh, 86, nee, 87 sogar mittlerweile, und, äh, ja, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn man halt hier, wie gesagt, Legendary Colo mitmachen will, und halt vielleicht auch so ein normale Colo ein bisschen schneller machen will, wenn man Clockworks farmen will, ähm, dann ist halt irgendeine Hit-Klasse halt, glaube ich, schon echt sinnvoller, ich meine, ich weiß es gerade gar nicht genau, das habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, was ich ansonsten, ja, dann wird lassen spielen, ähm, PSY sehe ich, zwei PSY sogar, oder? Was ist das denn, Quertz eigentlich? Der, glaube ich, hat momentan die höchste DPM, DPS, nicht DPM, Ah, PSY-Keeper, okay, interessant, ja, wie gesagt, also ich vermute einfach, dass man mit, mit Aoe, ähm, mit Aoe-Bilpostet einfach nicht so auf den grünen 2 kommt, ich meine, Centrax macht, ich weiß es nicht genau, auf SCA oder INT, aber ich vermute zumindest auf, äh, INT, äh, 360k Aoe, wie man sich im Video sehen kann, ähm, ja genau, Centrax hat irgendwie die überkrassen Sachen, ich habe auch wieder gesehen, einfach mal nur einen Clockwork-Chip bekommen, äh, das ist so bitter, irgendwann, ich hatte wirklich nur Müllkriege aus diesen Dingern, das ist halt, ich weiß nicht, irgendwas mache ich einfach falsch, äh, also es muss irgendwas geben, was ich falsch mache, weil, äh, wie gesagt, die anderen, die ziehen da wirklich heftige Sachen raus, und, äh, nee, kann ich nicht so ganz, ähm, kann ich so ganz mithalten, irgendwie, keine Ahnung, ja, ähm, wie gesagt, ich meine, Centrax kommt auf 350, 360k der Match momentan, ich weiß nicht, was er anhat, ich weiß nicht, wie gestattet ist, aber es hat jetzt irgendwie auch nicht so die Welt, würde ich jetzt mal sagen, also es ist gut und so, aber, es ist jetzt halt auch nicht so, dass man sagt, yo, das ist ja, voll heftig, und ich meine, so Able Posts war ganz cool, irgendwie, mal ausprobieren, auch zum Farmen, Farmen richtig geil, by the way, man kann mit Controller farmen und so weiter, ähm, von dem her wirklich richtig heftig, aber ansonsten, weiß nicht, ansonsten, würde ich es glaube ich nicht nochmal machen, weil ich meine, zum Spielen, ultra, ultra, ultra billig, ich meine, ich habe hier ein normales Sulzschmuckset, ich spare wirklich schon mal, keine Ahnung, ziemlich viel auf alle Fälle an Geld, ich brauche kein Bloodbind-Nucle, was mir halt einfach nochmal mehr spart, ich meine, momentan kostet ein Bloodbind-Stone, 1000 Perien oder so, wirklich, ja, ich meine, die Spieler, dachte ich mir, sind eigentlich ein bisschen weniger geworden, aber die Preise dafür, die steigen halt endlos irgendwie, gut, es gibt natürlich jetzt auch, wirklich ultra viele Reseller, und dieses, ich würde schon mal sagen, dieses Resell-Problem momentan auf 2, ähm, dass man halt wirklich sagen muss, ähm, ja Leute wie Garlick zum Beispiel, der hat jetzt glaube ich 4 Bloodbinds, also 4 diese, diese Titan, umsoaked, nee, diese komischen Steine da halt, äh, im Shop drin, für jeweils 1000 Perien, und er kauft einfach auch die anderen noch weiter auf, und so, ähm, beim, beim Titan, ich meine, ich weiß nicht genau, woher der das Geld nimmt, also generell nimmt, so, keine Ahnung, ähm, er hat anscheinend wirklich echt, ziemlich viel Geld da, und, ähm, ja, es ist halt dieses, ist halt so ein bisschen dieses Schneeballprinzip, wenn du da immer irgendwie 1000 Perien hast, dann kaufst du für 1000 Perien ein, resellst du irgendwie, machst du 10% und gewinnst, dann hast du 1100 Perien zum Beispiel, ist halt so die Sache, ja, ähm, ja, da muss man jetzt sagen, keine Ahnung, hier nochmal probiert, wieder gestorben, und sie hat gesagt, so, leck mich am Arsch, alles kacke, Mann, da hab ich da einfach hingestellt, und gedacht, so, ja, scheiß drauf, ja, also wie gesagt, ich meine, Able Post ist wirklich ultra billig, und ich finde, ich finde, man kann das immer spielen, man, man soll das vielleicht sogar mal spielen, ähm, weil, gerade wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, ich meine, du kommst auf Damage, du kommst nicht auf viel Damage, oder du kommst ziemlich schnell auf ganz okay Damage, ist nicht teuer, du brauchst, wie gesagt, das ist ja keine Titan Bindstones für 1000 Perien, 150er Set ist auch optional, das Schmuckset brauchst du nicht, also halt nicht das andere zumindest, ja, okay, Umhang solltest du natürlich schon den hier nehmen, aber wie gesagt, das ist natürlich bei jeder Klasse so, und auch ansonsten, ich meine, whatever, also wirklich whatever, und, ja, in dem Zusammenhang kann ich halt einfach nur sagen, yo, ist an sich eine supergeile Klasse, und, ähm, pfff, wenn er das Schaden nicht wäre, wenn das Schadensproblem nicht wäre, perfekt, aber man muss natürlich dazu auch sagen, man spielt hier keine Meter, man spielt natürlich gerade aktuell eine Klasse, äh, oder, man spielt ja Bildposter in der Art und Weise, wie er natürlich jetzt nie gedacht war, und natürlich auch nicht dafür gebalanced ist, klar kann man sagen, so, ja, man könnte es einfach drauf balancen und so, also hat irgendwie, Int-AOE ein bisschen mehr Schaden macht und so, weiß ich nicht, ob das Ganze wirklich, äh, also, ich persönlich wäre offen dafür, aber ich vermute, dass es jetzt nicht so Anklang finden wird, bei Tetris oder so, weiß ich jetzt allerdings auch nicht, reine Vermutung, wie gesagt, kann auch komplett anders sein, vielleicht schau ich dazu und denkt sich so, ja, hm, wäre eine gute Idee oder so, kann sein, weiß ich nicht, aber, ja, grundsätzlich muss ich jetzt auch sagen, ich würde es cool finden, wenn man generell so ein paar verschiedene Meter, die er einfach hat, wenn man einfach mehrere Optionen hat, was man spielen kann, wie man spielen kann, mit was man spielen kann, ähm, würde ich cool finden, aber halt zum aktuellen Zeitpunkt, spielbar, aber jetzt nicht überkrass, also, ja, ich meine, da wir, dass die Klasse so billig ist, cool, lohnt sich, aber ansonsten würde ich es nicht spielen, oder würde ich auch nicht empfehlen, wenn ich ehrlich bin, ja, das ist einfach mal so meine Meinung zum Aboe-Biposter, äh, Anfang ist natürlich immer heftig, da ist fast jede Klasse brutal, aber am Schluss merkst du dann so wirklich, ja, okay, hier, das und das, und, hm, je länger es mit der Klasse halt dann spielt, und je mehr Geld, dass man reinsteckt, und, wenn man eben merkt, so, okay, jetzt muss ich schon 100, 200, 300 Periode reinstecken, dass ich mal irgendwie 10 Cardamage mehr kriege, dann merkt man halt schon so, okay, ja, jetzt wird es halt ein bisschen uncool, ich meine, ähm, Xerpi hätte ich heute nennen, oder gestern? Ne, heute glaube ich war es, heute glaube ich war es, ähm, nennen, 150 Set gekauft für einen Ranger, und seine Crit Blocks gingen halt jetzt einfach mal um 50 bis 60 K nach oben, und seine DPS ging halt natürlich auch komplett durch die Decke, und ich weiß nicht, wie viel das ausgegeben hat, aber ich meine, Mindset hat hier irgendwie knapp viel Hunger gekostet, ähm, und, das sind halt, wie viel war ich gesagt, 7 oder 8 K Damage gewesen, und, das ist natürlich dann schon heftig, das ist natürlich dann schon, nicht so schön, weil gibst du wirklich dann, du farmst jetzt so lange das Ganze gelten, hast jetzt so 7, 8 K Damage mehr, oder so, wie viel warst du mehr, hab ich gesagt, ich weiß immer genau, 10 K, keine Ahnung, also da bist du halt wirklich schon ziemlich aufgeschmissen, aber gut, ja, das war das mit der Folge, hier kriegen wir nur Müll raus, ich glaube, ich hab's gar nicht aufgenommen, oder? Doch, hab ich aufgenommen, danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal.